Guten Morgen, heute aus der Wanne, ich weiß es ist ein neues Selling, aber ich habe manchmal einfach Gedanken, die ich unbedingt teilen möchte und genau in diesem Moment auch teilen werde. Das habe ich mir vorgenommen, egal ob ich auf dem Klo sitze oder gerade im Bett bin oder gerade irgendwo einkaufen, ich habe einen Gedanken und den möchte ich mit euch teilen. Oftmals habe ich bisher Notizen gemacht und dann diese an einem anderen Zeitpunkt wieder gegeben, aber es ist dann nicht genau das, was ich in dem Moment gefühlt habe und das möchte ich heute einfach ändern und ich hoffe ihr seht mir das nach, die meisten hören mich sowieso nur als Podcast, von daher ich bin halt eben heute in der Wanne. Thema heute ist Drogen. Ein Thema was mir irgendwie ganz häufig über den Weg läuft, dass ich Dreads trage und damit irgendwie immer Drogenkonsum assoziiert wird, sei es Kiffen oder sei es psychoaktive Substanzen oder was auch immer, habe ich jetzt nichts dagegen, weil jeder soll das tun, was er möchte. Ich habe meine Einstellung zu Drogen und andere haben ihre Einstellung zu Drogen und solange der Konsum der Drogen sich nur auf diese Menschen bezieht, soll jeder tun, was er für richtig hat. Was sind denn überhaupt Drogen? Drogen das sind Substanzen, die im weitesten Sinne das Bewusstsein verändern und da gibt es legale und da gibt es illegale Drogen und das ist aber relativ irrelevant für die Betrachtung heute, weil mir geht es generell um Drogen, weil die haben gemeinsame Eigenschaften. Ich nenne mal ein paar Beispiele für Drogen, damit wir auch wirklich wissen was Drogen sind. Das ist natürlich das Kiffen. Kiffen, Hanf ist eine Droge, genauso ist Alkohol eine Droge, genauso sind Zigaretten, also Nikotin eine Droge, auch Kaffee ist eine Droge, psychoaktive Substanzen generell sind Drogen, Tabak ist eine Droge, also Drogen sind sehr sehr vielschichtig und für mich stellt sich die Frage, wenn ich Drogen nehmen möchte, bringen sie mir etwas. In allererster Linie frage ich bei Dingen, die ich in Erwägung ziehe, sind diese gesund? Sind diese für meine Gesundheit wichtig? Für meine Gesundheit sind vier Dinge essentiell wichtig. Das ist zum einen die Ernährung, zum anderen ist es ausreichend Bewegung, zum dritten ist das die Abhärtung und zum vierten ist das eine gesunde geistige Stabilität. Diese vier Dinge sind in etwa auch gleichwertig wichtig für meine Gesundheit. Können wir Drogen bei der Abhärtung helfen? Da habe ich noch keinen Zusammenhang gefunden. Können wir Drogen bei der Ernährung helfen? Nein, auch da helfen wir Drogen überhaupt nicht. Der Anteil an Vitaminen und Mineralstoffen ist meistens äußerst gering. Können wir die Drogen bei Bewegung helfen? Naja, es gibt bewusstseinsverändernde Drogen und es gibt auch Drogen, die einen so ein bisschen hyperaktiv machen. Ja, vielleicht mag das gehen, aber für mich persönlich, intuitiv, gibt es sinnvollere Sachen, um meinen Bewegungskang zu steigern als psychoaktive Substanzen. Und meine geistige Stabilität. Das kann jeder sich individuell beurteilen. Also meine geistige Stabilität finde ich dann, wenn ich in meiner Mitte bin, in meiner Ruhe. Und Drogen stellen für mich einfach so ein erhebendes Ereignis dann dar, was mich in irgendeine andere nicht aus meiner Mitte kommenden Geisteszustand transferiert und durch den ich eventuell sogar interessante Erfahrungen machen kann. Aber sie führen nicht zu einer geistigen Stabilität. Das heißt, für mich persönlich bringen Drogen überhaupt nichts. Und das hat schon mein ganzes Leben lang, hat das mir meine Intuition gesagt. Ich gehöre zu den Menschen, die noch nie in ihrem Leben einen Tropfen Alkohol getrunken haben, die noch nie an einer Zigarette gezogen haben, die noch nie einen Kaffee getrunken haben. Die noch nie irgendwelche psychoaktiven Substanzen probiert haben oder irgendetwas, was man mit Drogen in Verbindung bringt. Das einzige, wenn man davon Drogen auch sprechen kann, ist die Cola, das Zucker und das Koffelin. Cola habe ich eine lange Zeit in meinem Leben, bestimmt so 10, 15 Jahre lang getrunken. Und ja, das ist vielleicht so die einzige Droge. Und ja, die Cola macht etwas mit dem Bewusstsein, man ist etwas aufgekratzter, ein bisschen aktiver. Aber das hat mich damals genutzt, um meinen geistigen Zustand innerhalb einer Depression oder so zu verbessern. Und es hat aber nichts gebracht, also nicht langfristig, nur kurzfristig. Von daher kann ich den Drogenkonsum, den ich genommen habe, also Koffein in Form von Cola, da kann ich sagen, es war nicht erfolgreich für die Gesundheit. Ansonsten, wie gesagt, keine Erfahrung. Zucker ist für mich keine Droge, weil sich das Bewusstsein nicht verändern. Es macht zwar abhängig, aber es verändert nicht das Bewusstsein. Da sehen ja auch andere anders, aber das ist ihr gutes Recht. Und heute geht es wirklich nur darum, meine Einstellung zu Drogen, die ich gerne mit euch besprechen wollen würde. Es ist durchaus so, dass die eine oder andere Substanz mein Interesse weckt. Es gibt zum Beispiel psychoaktive Pilze, wo gesagt wird, dass sie einen in eine Erleuchtungserfahrung münden lassen. Ich selber habe schon viel Erleuchtungserfahrung hinter mir, fand diese sehr erhebend und zehre davon eigentlich mein ganzes Leben lang. Und wenn es so einfach wäre, mit einem psychoaktiven Pilz eine Erleuchtungserfahrung zu generieren, ich glaube, dann würde ich es tatsächlich probieren. Allerdings, wenn ich mit Menschen rede, die psychoaktiven Pilze nehmen, kommt sehr viel auch von Vokabular, was von jemandem kommt, der so eine Erleuchtungserfahrung gehabt hat. Und wo man denken könnte, das ist eine Erleuchtungserfahrung. Aber einige Dinge kommen eben auch, wo ich den Eindruck habe, das hat eigentlich nichts mit dieser Erfahrung zu tun. Und von daher bin ich da im Zweifeln, ob das tatsächlich eine Erleuchtungserfahrung ist. Aber mein Interesse ist tatsächlich auch da vielleicht in einem entsprechenden Setting auch mal Drogen auszuprobieren. In dem Fall wirklich psychoaktive Pilze vielleicht irgendwann. Aber bisher habe ich es nicht und vielleicht werde ich es auch nie. Aber ich wollte einfach nur sagen, das ist durchaus eine Sache, die mein Interesse weckt, um eine Erfahrung zu machen. Aber es ist keine Sache, die ich permanent in meinem Leben dulden würde. Weil meine Gesundheit, das sagt mir meine Intuition, sind Drogen definitiv nicht zuträglich. Und daher verzichte ich eben auch auf alle möglichen Sachen angefangen. Bei Alkohol, Kiffen, Tabak, alles was ihr jetzt unter Drogen versteht. Und natürlich jetzt auch Cola. Wobei einmal alle zwei Monate oder sowas bei einem Potluck, wo ich abends noch tanzen will, was jetzt auch nicht mehr der Fall ist, weil wir meistens dann wahrscheinlich selten. Wenn ich wach bleiben will, dann meine Cola. Das passiert schon nochmal. Aber das ist das größte, was ich an Drogen sozusagen nehme. Es gibt auch manche, die denken, sie bräuchten Drogen, um in den Flow zu kommen. Für ihr den Flow. Das heißt, sie brauchen ihren Kaffee. Oder sie brauchen ihre Zigarette. Oder sie brauchen ihr Bierchen am Abend. Da gibt es durchaus einige, die wirklich überzeugt davon sind, dass sie diese Drogen brauchen. Und da bin ich davon überzeugt. Und ich bitte darum, dass ihr euch nicht angegriffen fühlt. Das ist jetzt meine Meinung ausgehend aus meinen Erfahrungen. Aber ich glaube, diese Menschen belügen sich. Das sind Menschen, die tatsächlich wirklich denken, sie bräuchten dies, dass sie so special sind auf dieser Welt, dass sie diese Drogen brauchen. Ich glaube, das ist einfach so eine Vermeidungstaktik, um einfach einem gesunden Lebensstil sich nicht zu stellen, sich nicht informieren zu wollen. Wie ich das damals auch getan habe mit dem Fleischkonsum. Ich habe Fleisch konsumiert und habe mich nicht über eine vegane Ernährung informiert. Und somit konnte ich mich wunderbar selbst belügen. Und genauso ist es mit Menschen, die Alkohol trinken. Es ist mit Menschen, die Tabak zu sich nehmen. Und es ist auch mit Menschen, die kiffen. Und auch trotz dessen, dass ich Duets trage, kann ich für mich sagen, dass der Konsum von Gras, also tatsächlich Marihuana, dass das der Gesundheit nicht zuträglich ist. Dass das Fleisch interessante Erfahrungen beherbergen kann, aber es ist nicht zuträglich. Und von daher mache ich mich wahrscheinlich mit diesem Video bei fast allen unbeliebt. Weil ich kenne ganz ehrlich, außer meine Person, außer mich, kenne ich in meinem Umfeld keine Person, die so konsequent auf Drogen verzichtet hat wie eben nicht. Und entsprechend finden diese Personen Rechtfertigungen dafür, dass sie ihre Drogen weiter nehmen. Und ja, meinen seid doch gar nicht so schlimm oder es ist wichtig oder eben sie brauchen es. Und mein natürlicher Weg zu einer Gesundheit, aus meinen Erfahrungen heraus, besteht aus diesen 4 Punkten, die ich genannt habe. Den möchte ich auch gerne nochmal wiederholen, weil es wirklich essentiell ist. Ich hatte ja erst vor ein paar Tagen einen Kommentar unter meinem Video, wo sich jemand aufgeregt hat, der meint, dass ich irgendwie meinte, dass nur die Ernährung wichtig ist. Was so absurd ist, bei 1500 Videos habe ich bestimmt bei 200, 300 Videos darauf hingewiesen, dass es eben nicht nur die Ernährung ist. Deswegen möchte ich es auch hier nochmal tun. Ernährung ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist die Bewegung, ausreichend Bewegung, Sport, auch Kraftsport, gerade ab 30, wenn die Degeneration in der Muskulatur begonnen hat. Abhärtung, ganz wichtig. Stellt euch abends unter die kalte Dusche, geht mal Wasser treten, geht mal im Winter raus, barfuß oder geht generell, versucht barfuß zu laufen. Härtet euch ein wenig ab. Ganz, ganz wichtig. Und der vierte Punkt ist die geistige Stabilität. Woran es den meisten Menschen in unserem Kulturkreis wirklich mangelt. Das merkt man auch an den zahlreichen Diskussionen in Facebook, auf Youtube, in den Kommentaren, in Diskussionsfonden. Wie die Menschen miteinander umgehen, wie die Menschen ihre geistige Mitte überhaupt nicht finden, sondern alles auf andere projizieren. Und in größter Weise, in größtmöglicher Weise, irgendwie alles immer von sich streifen und einfach nur auf andere projizieren und auf andere eingehen, ohne sich selbst zu hinterfragen. Oder auch, wie sie nichts annehmen, wie sie nicht zuhören können, wie sie verlernt haben, andere Argumente wirklich zuzuhören. Und unser geistiger Zustand unserer Gesellschaft ist von den vier Punkten, glaube ich, der dramatischste Punkt, auf den man Bezug nehmen muss. Und deswegen ist auch ein großer Punkt auf meinem Kanal die Spiritualität bzw. ich nenne das Bewusstes Leben, da gibt es eine Playlist. Da sind alle Videos enthalten zu diesem Thema. Könnt ihr auch einfach auf meinem Kanal schauen. Ja, also diese vier Punkte, das ist das, wonach eigentlich jeder streben sollte. Und Drogen haben damit einfach gar nichts zu tun, meiner Meinung nach. Wie gesagt, lasst uns in den Kommentaren darüber diskutieren. Aus meiner Sicht findet jeder, der diese vier Punkte erreicht, der findet sowohl wahre Erleuchtung, der findet die Dynamik, die er vielleicht sonst im Koffein findet, er findet die Gelassenheit, die er beim Kiffen findet und er findet generell die Lebensfreude. Und da braucht es keine Drogen. Egal welcher, legale, illegale. Ist ja sowieso nur von der Kultur, von der Gesellschaft abhängig. Also so ein Witz, dass Alkohol erlaubt ist und Kiffen verboten ist. Aber wie gesagt, Drogen sind nicht die Lösung. Die werden es auch nie sein. Und deswegen kann ich nur jeden animieren. Nehmt diese vier Punkte und dann wirklich auch mit Geduld und mit der Bereitschaft, dass dies auch vielleicht Jahrzehnte dauern könnte, einfach zu einem gesunden Mindset und damit auch zu einem gesunden Körper und zu einem einfach zufriedenen Leben zu wechseln. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ich bin auch nur auf dem Weg. Ich habe auch noch meine Bausteine. Und ja, das geht glaube ich jedem so. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen. Ich bin sehr zufrieden, das Video direkt, wo ich den Gedanken hatte, auch gemacht zu haben. Auch wenn ihr jetzt hier an der Wanne liege, was den ein oder anderen vielleicht irgendwie negativ aufstößt. Es ist wie es ist. Und die Leute, die mich abonniert haben, die wissen das glaube ich zu schätzen. Apropos Abonnieren. Ich habe erfahren von einer Freundin, dass ihr meine Videos nicht mehr in der Abonnentenliste seht. Da gibt es so eine Glocke bei dem Abonnieren-Button. Die müsst ihr drücken, damit ihr das zum Abonnieren seht. Weil das eine ist nur die Aboliste und das andere ist tatsächlich, dass ihr darauf aufmerksam gemacht werdet. Das heißt, wer wirklich weiterhin über meine Videos informiert werden möchte, dann müsst ihr noch diese Glocke drücken bei dem Abonnieren-Button. Das nur nochmal so als Information. Also, einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss. Tschüss. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.